Hallo Tom von WeBlogged hier mit einer neuen Ladung Tweaks für euch. Heute sind es zehn Stück an der Zahl und ich lege auch direkt schon mal los mit einem alten Klassiker, der jetzt mal wieder verfügbar ist für iOS 6 und der nennt sich Gridlock und das ist die Gridlock Version 2. Bisherige Käufer können für einen geringeren Preis upgraden. Der erneute Preis wurde von CHPawn und seinen Leuten so begründet, dass eben sehr viel Entwicklung damit eingeflossen ist und deswegen wollten die da noch mal ein bisschen was für ihre Mühen haben. Und wie ihr seht, es ist ganz cool. Ihr könnt nämlich mit Gridlock eure Icons auf dem Springboard beliebig anordnen und somit eben aus diesem Gridlock herausbrechen, aus dieser Einschränkung, dass ihr eben das Gitter der Icons nur so anordnen könnt, dass die nach oben hin bündig sind. Jetzt habt ihr eben beliebige Möglichkeiten, eure Homescreens zu gestalten und könnt auch auf einem einzelnen Homescreen beispielsweise mal zwei Icons platzieren und die dann da so belassen. Das kommt natürlich ganz auf euren eigenen Geschmack an, inwieweit ihr da eben eure Homescreens planen und gestalten wollt. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Tweaks wie Iconoclasm und so weiter kombinieren und beispielsweise auch mit Shrink, dass ihr halt eben kleinere Icons habt und die dann in einem bestimmten Muster darauf verteilt. Was Gridlock eben ermöglicht ist, dass ihr die dann beliebig auf dem eingestellten Gitter verteilen könnt. Der nächste Tweak, um den es mir geht, der ist einfach nur in Cydia zu finden unter Brightness Fix. Ihr könnt auch einfach nach Brightness suchen. Und zwar gibt es einen kleinen Bug in iOS 6. Wenn ihr am Respringen seid, ist es ein bisschen nervig. In bestimmten Situationen, je nachdem wie ihr respringt wurde, passiert es eben, dass ihr eine andere Helligkeit habt als vorher nach dem Respringen. Und das ist ein kostenloser Tweak, der richtet eben diese Unannehmlichkeit für euch. Kann auf jeden Fall nicht schaden, den zu installieren, weil manchmal habt ihr halt eben einen extrem dunklen Screen nach dem Respringen. Und wenn ihr gerade mehrere Cydia Tweaks installiert und wieder deinstalliert, respringt ihr halt eben oft oder wenn ihr in Winterboard was verändert. Und das kann dann ziemlich nervig sein, wenn das zwischendurch dann eben die ganze Zeit am wechseln ist. Mit diesem kostenlosen Tweak könnt ihr diese Nuisance umgehen. Der nächste Tweak, um den es geht, ist vielleicht oben in der Statuszeile auch schon aufgefallen. In der Status Bar. Der nennt sich Direction Bar. Und was Direction Bar macht ist, ihr habt einen kleinen Kompass, einen Echtzeit Kompass oben in der Statusleiste, den ihr auch in den Einstellungen nochmal konfigurieren könnt. Das heißt, ich kann hier reingehen und bei Direction Bar hier unten einen aussuchen, der dann nach einem Respring auch aktiviert wird. Da gibt es diverse und auch was nehmen, was ein bisschen mehr so in Richtung Safari-Icon geht. Mehr oder minder. Oder was hier mit diesem separaten Pfeil oder diesen einzelnen Pfeil mit dem winzig kleinen N drauf. Wenn ich jetzt hier respringe, wird das in der Statuszeile aktualisiert und ich habe dann dort eben einen passenden kleinen Kompass. Damit Direction Bar funktioniert, müsst ihr über einen beliebigen Weg einfach in den Einstellungen oder hier mit SB-Settings oder NC-Settings die Location Services, also die Ortungsdienste aktiviert haben. Wenn ich die hier deaktiviere, dann tut sich nichts mehr. Ich drehe gerade das iPhone in alle Richtungen und der Kompass bleibt stehen. Er ist jetzt auch in eine neutrale Nordposition gewechselt. Da passiert dann nichts mehr. Das heißt, die Ortungsdienste müssen permanent aktiv sein, damit das hier funktioniert. Jetzt habe ich wieder hier meine Richtung dabei. Das bedeutet natürlich auch, dass das Auswirkungen auf eure Akkulaufzeit haben kann. Ich persönlich beispielsweise tendiere eher dazu, die Ortungsdienste auszuschalten und nur zu aktivieren, wenn ich sie in Maps oder so benötige oder mit einem Navigationsprogramm. Und dahingehend, wenn ihr das Feature nutzen wollt, müsst ihr natürlich dann entsprechend die auch aktiviert haben. Wenn man das jetzt immer aktiv haben möchte, müssen auch diese Location Services immer laufen und das ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie sich die Akkulaufzeit damit verhält, da ich vorhin auch eine Menge am Testen war, eine Menge am Respringen war und das zieht auch definitiv am Akku. Ein oder zwei Reboots waren auch mit dabei. Da ging der Akku sehr, sehr flott leer. Ob das jetzt mit Direction Bar zu tun hat, kann ich allerdings nicht genau sagen. Wer das allerdings cool findet oder eben auch benötigt, vielleicht seid ihr auf einer Wanderung oder in einer Stadt unterwegs und ihr wisst einfach nur, ich muss in den Süden oder ich muss in den Norden, dann könnt ihr mit Direction Bar auch ohne eine Kompass-App geöffnet zu haben, eben die Himmelsrichtung erkennen und könnt beispielsweise nebenher unsere Seite lesen. Das ist doch was. Apropos WeBlogIt lesen. Ihr kennt das doch bestimmt, ihr habt vielleicht einen Artikel hier geöffnet, sagen wir mal über 3D-Drucker und Scanner und ihr müsst gleich wieder los, weil ihr was zu erledigen habt. Ihr wollt den Artikel aber später lesen. Aktuell ist ja die Interoperabilität in iOS ein bisschen Android unterlegen und was der Tweak namens Reader hier macht, ist, dass ihr hier zusätzlich im Sharing-Menü, auch Read-Now und Read-Later-Optionen bekommt. Bei Read-Later könnt ihr halt eben einfach die Seite an euren Read-Later-Dienst schicken. Ich benutze beispielsweise Pocket, kann ich auch sehr empfehlen. Das Ganze wird über eine Notification hier weitergegeben und ihr könnt dann eben, wenn ihr einmal hier eure Pocket-App dann öffnet, den Artikel darin vorfinden, ohne dass ihr zuerst die URL kopieren müsst, weil das war ja der gängige Workaround. Man musste dann in Safari die URL hier in die Zwischenablage legen, Pocket öffnen, dort einfügen. Das ist natürlich sehr umständlich. Hier habt ihr das mit einem Klick direkt zugänglich und es werden diverse Read-Ability bzw. Read-Later-Dienste unterstützt. Reader heißt der Tweak hier. Und indem ihr dann einfach den Service hier eintragt, ihr tragt da eure Zugangsdaten ein zu dem Dienst und die App schickt das dann direkt dahin. Und zwar klingt sich Reader nicht nur in Safari ein, sondern in diverse Sharing-Menüs in iOS. Dann ist hier noch eine Funktion zum Bereinigen des Caches von der Read-Now-Funktionalität. Schauen wir uns gerade nochmal an. Also ich habe hier beispielsweise einen Artikel der Times offen. Jetzt habe ich hier natürlich Apples Version der Read-Funktionalität bzw. den Reader von Mobile Safari. Und wenn ich jetzt hier auf Read-Now gehe, scheint also prinzipiell, ja, jetzt scheint da was zu konvertieren. Dauert natürlich ein bisschen länger, weil das Web-basiert ist. Und ja, das Resultat ist nicht ganz so schön wie mit der integrierten Funktion von Mobile Safari. Das heißt, das ist dann ein Bonus, den man nicht unbedingt braucht. Ob es da noch einen anderen Vorteil gibt, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube es kaum. Aber was mich daran so begeistert hat an dem Tweak ist definitiv, dass ich hier endlich meinen Pocket-Dienst drin haben kann und mittels zwei kurzer Tabs das Ganze teilen kann, genauso wie unter Android. Das ist also sehr angenehm. So, und dann seid ihr gerade gemütlich einen Artikel am Lesen und es läuft Musik im Hintergrund und ihr möchtet gerne ein ganz bestimmtes Lied hören. Ihr möchtet nicht einfach nur vor- oder zurückskippen, so wie das hier mit der standardmäßigen Bedienung möglich ist, sondern ihr möchtet eben ein bestimmtes Album hören, einen bestimmten Song und dafür wurde jetzt Portswitcher ins Leben gerufen. Das öffnet hier ein komplett zugängliches Menü zu euren Album-Songs, Artists, Playlists, wie auch immer ihr das haben wollt. Und ihr könnt dann hier einen Song aussuchen, könnt den von da aus starten. Ihr könnt auch tweeten, was ihr gerade hört, wenn ihr auf diesen Button hier geht. Das wird dann über die Twitter-Integration in iOS dann geteilt, was ihr jetzt gerade am Hören seid. Ansonsten, wenn ich das abbreche, wird es wieder geschlossen. Könnt ihr diesen Portswitcher von überall aus erreichen. Es ist Sefir-kompatibel. Das heißt, ich schiebe hier gerade einfach nur die App nach oben und Sefir macht halt eben diese Geste möglich, dass ich die App wegschieben kann und der Tasking-Switcher öffnet sich, wenn ich es langsam tue. Wenn ihr jetzt AUXO benutzt, also die Multitasking-Lösung mit diesen App-Screenshots, die dann da unten landen, anstatt nur der Icons, damit ist Portswitcher auch vollständig kompatibel. Und ihr könnt eben über einen Tab da drauf einfach hier in dieses Menü reinkommen. Ihr könnt natürlich Shuffle an und aus machen und ihr habt auch die Möglichkeit, über dieses Spotlight-Icon, über dieses Such-Icon, hier nochmal in einer anderen Ansicht durchzugehen, die auch eine schnelle alphabetische Suche zulässt, um da eben durchzublättern. Und wenn ihr hier drauf geht, dann sucht er auch noch nach passenden Lyrics für den Song. Ich weiß nicht, ob die über das ID3-Tag gesucht werden. Bei mir hat er jetzt noch überhaupt keine Lyrics für keinen einzigen Song gefunden. Kann natürlich sein, dass da jetzt nichts dabei war, was mit der Datenbank verknüpft ist, die mit dem Tool verbunden ist. Aber ich denke mal, dass es um ID3-Tag-Lyrics geht, also die quasi in der MP3-Datei mit verankert sind. So und für den nächsten Tweak, den ich hier vorstellen möchte, nehmen wir einfach mal den standardmäßigen Klingelton hier und wir stellen mal den Wecker auf 19.56 Uhr, eine Minute nach der aktuellen Zeit. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn der Wecker hier klingelt und ich dann schlummern lasse oder den Wecker ausschalte. Mal gucken, was wir machen. So, mein Wecker klingelt jetzt. Wir stellen uns einfach mal vor, dass das jetzt morgens ist und ich wähle beispielsweise schlummern aus. Okay, aber nur einmal. Okay, aber nur einmal, sagt Siri. Das ist also ein Tweak, der eine personalisierte Nachricht hinterlassen kann und zwar in Verbindung mit dem Wecker. Ihr könnt hier zwei kleine Textfelder ausfüllen und das sind dann die Messages, die dann kommen, wenn ihr entweder am Snoozen seid, das heißt schlummern oder ihr lehnt eben den Wecker ab, beziehungsweise beendet den Wecker hier. Dann wird diese Nachricht hier auch abgespielt. In meinem Fall ist es dann, hoffentlich stehst du auch wirklich auf. Das wird dann von Siri schön trocken präsentiert. Beim Snoozen sagt sie dann okay, aber nur einmal. Und ihr könnt natürlich auch noch eintragen, wie oft die Message hier wiederholt werden soll. Je nachdem, wie müde ihr seid, braucht es vielleicht auch ein bisschen, bis die Nachricht dann eingesickert ist in das Bewusstsein. Und da könnt ihr dann eintragen, wie oft das wiederholt werden soll. Wie laut gesprochen werden soll, können wir hier über diesen Regler definieren und in welcher Sprache gesprochen werden soll. Vielleicht möchtet ihr auch eine personalisierte finnische oder polnische Nachricht haben oder britisch oder die Aussie-Siri auch damit beauftragen. Das könnt ihr hier über diese Länderkürzel machen. Dabei könnt ihr dann einfach die jeweiligen Länderkürzel hier eintragen. Wenn ihr gerne so eine kleine Motivationsnachricht hinterlassen möchtet für den nächsten Morgen oder für jeden Morgen, dann eignet sich definitiv dieser Tweak namens Awake Speech. Wenn ihr beispielsweise eine Erinnerung hinterlassen möchtet in iOS und ihr tragt dabei die Uhrzeit ein, dann ist euch bestimmt schon mal diese kleine Restriktion aufgefallen, dass ihr hier in diesem Feld normalerweise nur 5-Minuten-Schritte habt. In a minute macht das, was der Name schon so ein bisschen suggeriert. Ihr könnt eben eine Erinnerung für eine Minute später schalten oder eine beliebige einstellige Minutenzahl später. Das heißt, das löst diese Restriktion von 5-Minuten-Blöcken auf und ihr könnt dann komplett frei hier eure Uhrzeiten definieren. Das gilt für alle diese Uhrzeiten-Felder, die ansonsten diese Einschränkung mit den 5-Minuten-Blöcken haben in iOS. Wenn ihr öfter mal Fotos über den internen Messages-Dienst oder über die Messages-App, die Nachrichten-App von iOS verschickt, dann kann es natürlich sein, dass ihr gerne das zuletzt geschossene Foto verschicken möchtet oder den zuletzt gemachten Screenshot. Und das geht mit einem Tweak namens Last Pick. Last Pick fügt hier dieses eine Feld hinzu. Ist leider nicht lokalisiert, aber man versteht, was gemeint ist. Use Last Photo Taken wird das zuletzt geschossene Foto nehmen. Hier habe ich eine Samsung-SSD fotografiert. Und direkt in dieses Feld einfügen, ohne dass wir über das Menü hier gehen müssen und eins aus dem Album auswählen oder eben das Foto erst dann zu dem Zeitpunkt knipsen. Das heißt, wir können dann eben, wenn wir erst im Dialogfeld dieser Nachrichten-App daran denken, können wir einfach hier Use Last Photo Taken auswählen und das zuletzt geschossene Bild einfügen. Das ist auch schon alles. Last Pick nennt sich der Tweak. Was mich ja schon immer ein bisschen genervt hat, ist, wenn ihr morgens im Bett direkt nach dem Aufwachen ein bisschen am Surfen seid oder beispielsweise abends im Bett noch ein E-Book auf dem iPhone oder iPad lest, dann ist es ja oft mal so, dass ihr diese Rotationssperre aktiviert habt. Wenn ich jetzt allerdings ein Video schauen möchte, dann typischerweise würde iOS in dieser Orientierung verweilen. Also ich würde weiterhin das Gerät hochkant haben und das Video würde nicht den ganzen Bildschirm ausfüllen. Und was Landscape Videos macht, ist, diese Videos direkt im Landschaftsmodus, das heißt in der breiten Ansicht darzustellen, ohne dass ich jetzt diese Rotationssperre rausnehmen muss. Wenn ich hier so ein Cydia Tweak Video von uns starte, seht ihr, wechselt das Ganze direkt in den kompletten Vollbildmodus um. Da müsst ihr euch dann nicht mehr bemühen, die Rotation manuell nochmal auszuschalten und dann das Gerät wieder zu drehen, gegebenenfalls zu sperren, weil ihr wieder auf der Seite liegt und so weiter und so fort. Das ist also eine wesentlich intelligentere Lösung und macht alles andere, was man dahingehend unternehmen möchte, eigentlich überflüssig. Und der letzte Tweak, den ich heute vorstellen möchte, ist eigentlich eher auch ein Theme, ein Winterboard-Theme für SB-Settings. Und das Ganze nennt sich iRetna++. Von der Funktionalität für den normalen Endnutzer haben wir hier eben auch einfach diese Toggles oben. Und standardmäßig sind die bei SB-Settings so unschön anzusehen, dass ich eigentlich nur zu diesem Theme hier raten kann. Die Unterscheidung bei dem Theme finde ich auch sehr schön. Ihr habt eine gigantische Menge an Icons. Das heißt, es gibt ja für SB-Settings noch zusätzliche Icons, die dann beziehungsweise zusätzliche Toggle, mit denen ihr diverse Funktionen nochmal steuern könnt, auch von anderen Tweaks. Und die sind größtenteils hier auch gefeamt in diesem SB-Settings-Theme. Um das Ganze zu aktivieren, müsst ihr einerseits in Winterboard das SB-Settings-Theme iRetna aktivieren. Und in Winterboard dann unter dem Button More könnt ihr dann eben hier in diese wunderbar für das iPhone 5 nicht angepasste Ansicht reingehen. Bei Dropdown-Window-Theme, wenn ihr das Dropdown-Window benutzt, beziehungsweise Notification-Theme, wenn ihr, so wie ich, das Ganze im Notification-Center habt, da könnt ihr dann iRetna auswählen. Und nach einem Respring wird dann auch hier das korrekte Theme angezeigt. Insgesamt finde ich das sehr übersichtlich, sehr schön gelöst und es integriert sich gut in iOS. Das ist so ziemlich das Wichtigste, finde ich, bei einem guten Winterboard-Theme für alle Komponenten. Das war's auch schon. Da geht nochmal mein Wecker an, den hatte ich ja vorher nur gesnooest. Hoffentlich stehst du auch wirklich auf. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Reinschauen und ich wünsche euch was. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, wenn da was dabei war, was euch gefallen hat. Werdet auch gerne einen Kommentar unten in der Box los, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt. Wir helfen gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.